. Das kann ja der Guts dabei. Die Bank. Starke Aktion von ihm. Ballbesitz, Ceylon und dann direkt L.A.U. beim Spiel. So einfach kann Basketball manchmal sein. Es waren 16, es war, nein, keine acht Sekunden. Boah, Simon mit dem Powerplay. Nick Weilerberg, da ist Pokal, der macht ihn! Die Bayern gewinnen am Schluss. Die letzten zwei Minuten, Planch-Time, Baby. Wird's noch mal spannend. Oh, der Block! Von Ruhr! Gegen die Bohnen Niederlage. In allem, was drinsteckt. Im Tag! Wohohohoho! L.A.U. da hat die Antwort mit Kontakt auf der Gegenseite von Kennedy. Das ist der nächste Ballgewinn. Wohlrats mit dem Stil. Wohlrats mit... Nein! Greenwood Cats! Woohohohoho! Flemming geht auf die Shooting-Ups-Position. Das ist super gespielt und was für ein Abschluss! Neuer Aufbau der Partner mit Flemming Jr. Riesel. Pape. Pape. Pape mit dem Drive. Pape! Er wird Goal! Monster Block! Das kommt auch auf Alba Berlin unter der Woche dann zu am Donnerstag. Ist kein Geringerer! Hohoho!